Mein Name ist Marc Thohm, ich arbeite für Sony Mobile und meine lustige Stellenbezeichnung heißt Global Senior Business Development Manager. Ich werde hier auch einen Vortrag halten bei Alles außer Zähne. Den Titel finde ich übrigens super spannend und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache hier mit, weil vor Zahnärzten zu sprechen und es geht um alles außer Zähne, ist schon natürlich eine Herausforderung. Wie wir alle festgestellt haben, ändert sich die Welt momentan ein bisschen schneller, als wir es in der Vergangenheit kannten. Das heißt, bestimmte Industriezweige verschwinden komplett und neue kommen irgendwie auf. Und das trifft halt einfach jede Branche gerade. Und auch die Gesundheitsindustrie ist vom Volumen und vom Marktpotenzial her auch etwas, was für alle Industriezweige sehr interessant ist. Und deswegen wird auch da eine Veränderung halt auf uns zukommen. Das ist mehr eine Revolution, wie ich finde, als eine Evolution. Mittlerweile können wir Daten unglaublich schnell von A nach B transportieren. Und wir haben natürlich immer kleiner werdendere Elektronik, die immer zielgenauer arbeitet. Wenn man das alles zusammennimmt, ist es eigentlich nur noch eine Frage von Zeit, bis der Arzt aus Dresden den Patienten in Düsseldorf per Videokonsultation halt auch wirklich behandeln oder beziehungsweise eine Diagnose stellen kann. Also ich glaube, das sind Dinge, die kommen auch auf den Zahn dazu. Und das in absehbarer Zeit. Also denke deles. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020